Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Salat. Peppa und Schorsch essen heute bei Oma und Opa Wutz zu Mittag. Oma Wutz. Oma Wutz. Hallo meine Kleinen. Habt ihr Lust Opa Wutz beim Gemüsepflücken zu helfen? Au ja. Opa Wutz. Opa Wutz. Hallo Peppa und Schorsch. Das ist der Gemüsegarten von Opa Wutz. Er ist ein begeisterter Gärtner. Wer ist das? Hör her. Ein Dinosaurier. Kommt. Wir suchen Gemüse fürs Mittagessen aus. Peppa. Wie wär's mit Tomaten? Au ja. Tomaten. Schorsch. Magst du auch Tomaten? Nein. Schorsch mag Tomaten überhaupt nicht gerne. Oh je. Mögt ihr zwei Salat? Au ja. Salat. Nein. Schorsch mag auch überhaupt keinen Salat. Oh je. Ich muss doch etwas haben, was Schorsch mag. Magst du vielleicht Gurke? Bäh. Schorsch mag keine Gurken. Er mag keinen Salat und auch keine Tomaten. Also Schorsch, welches Gemüse magst du denn dann? Schokokuchen. Dummer Schorsch. Schokokuchen ist doch kein Gemüse. Na ja. Schorsch mag das Gemüse bestimmt gleich lieber, wenn es erst mal im Salat ist. Oh. Leckere Tomaten, Salat und Gurke. Schnell ins Waschwecken damit. Peppa und Schorsch helfen Oma Wutz das Gemüse zu waschen. Das dürfte sauber genug sein. Oma Wutz hat einen Salat aus dem Gemüse gemacht. Opa Wutz, rufst du alle zu Tisch bitte? Essen. Oma Wutz hat eine Pizza gebacken. Und hier ist Salat. Aus Opas Tomaten, Salat und Gurke. Dann haut mal rein. Schorsch hat seine Pizza aufgegessen. Aber nicht die Tomate, den Salat und die Gurke. Oje, Schorsch. Magst du deinen Salat nicht? Nein. Schorsch, probier ein bisschen von der leckeren Tomate. Bäh. Schorsch. Das hier ist Gurke. Aus Opas eigenem Garten. Bäh. Versuch ein Salatblatt, Schorsch. Es ist köstlich. Bäh. 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 Schorsch mag Dinosaurier. Sogar wenn sie aus Salat sind. Er isst alles auf. Du isst ja alles auf. Möchtest du vielleicht noch mehr? Voll. Schorsch, passen denn wirklich keine Tomaten, kein Salat und keine Gurken mehr in dein Bäuchlein rein? Schorsch kann wirklich nichts mehr essen. Schorsch, passt wirklich überhaupt nichts mehr in deinen Bauch? Schorsch ist pappsatt. Aber willst du etwa keinen Schokoladenkuchen? Schokokuchen. Oha, Schorsch scheint ja wirklich wieder mächtigen Appetit zu haben.